Ich sitze hier und sage mir, du fängst jetzt einfach an, auch wenn das wieder schief gehen kann. Die vergeblichen Bemühungen mit anderen Menschen die Welt zu verändern, waren von mir abgefallen. Ich verlor das Gefühl für die Gegenwart. Sie kam mir vor, als sei sie Vergangenheit. Und wenn ich nicht gestorben bin, so lebe ich vielleicht heute noch. Angenommen, ich lebte noch. Ich würde nach Hause fahren und Freunde und Bekannte zu einem Experiment einladen. Wie kommt die Kuh vom Eis? Einige wollten sofort mitmachen, andere zögerten. Sie glaubten, das Experiment könnte ihnen die Seele rauben. Die, die mit aufs Eis kamen, konnten aus eigener Kraft nicht mehr herunter. Ich erinnere mich, einer sagte, Flügel müsste man haben. Als wir nach vielen Tagen aus dieser Lage befreit wurden, stellte man uns Zimmer zur Verfügung, in denen wir bis auf Weiteres unsere Freizeit verbringen sollten. Man gab uns Geräte und Material, mit denen wir unbehelligt spielen durften. Musik 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 Wagenstaben, Fliefe, Altafeld, Hulme, Gugelnwisten, Hulme, Gugelnwisten, Hulme, Gugelnwisten, Vielen Dank. 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 ... 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